Recht herzlich willkommen zur 87. Folge von Avorian. Ja, da vor uns ist der Kampf, die Zolltannen sind da am Angreifen ja und unsere Station ist hier hinten irgendwo und ungedeckt in dem Sinne. Wir müssen dann überlegen, was wir da machen. Wir sammeln ja momentan genug Materialien mit unserem anderen Schiff. Wir sollten vielleicht nochmal überlegen, dass wir da nicht was einbauen, auf jeden Fall, was uns schützt. Gehen wir da erstmal hin. So, da muss ich aber noch näher ran, glaube ich, dass T kommt, oder? So, da kann ich das Schiff betreten, machen wir das doch mal. Und, ja, egal, raus, umbauen wir eigentlich nicht, aber wir sind sowieso schon ganz weit raus, ne? Ne, muss er doch zurück. Wo ist er denn jetzt? Da unten, alles klar. Komm, dann machen wir erstmal B. Nein, nicht M. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier noch was hinzukriegen, weil wenn das immer verkehrt, dann müssen wir hier ein bisschen runtergehen. So, wie heißt das? Integritätsfeld, Integritätsfeld-Generator oder sowas. Rotor-Düsen. No, Snare. Generator. Schild-Generator. Gut. Masse. Und er braucht Energie. Das heißt, wir müssen doch einen Generator haben erst. Wo sind denn die Dingens? Jetzt habe ich da irgendwie was angeklickt. Ja. Ah, weiß gar nicht, was ich jetzt hier erwischt habe, gerade aus Versehen. Was ist das denn hier? Torpedo-Lagerraum. Okay. Also wir brauchen einen Generator, aber der könnte etwas größer sein, ne? Vordefinierte Formen zeigen. Ich würde jetzt sagen, das ist schon eine ganz gute Form, ne, oder? Das sind 1,4. Der macht aber bestimmt auch Rotstrom, ne? Genau. Achso, wir haben 500. Gut, dann lass uns mal gerade gucken. Schild-Generator. So, der braucht ein bisschen mehr. Also, machen wir das so, dass wir den da hinbauen. Habe ich jetzt aber gebaut, ne? Wir machen dann daneben noch den Energie-Container. Oder da haben wir was. Kannst du es nicht bauen. Ist aber doch da gebaut, oder? So, nötige Ingenieure einer, nötige Mechaniker zwei. Brauchen wir also noch, haben wir noch nicht. Gut, das bedeutet... Gut, das bedeutet... Äh... Ja... Nee, B, raus aus der Station. Wo ist das Ding denn jetzt? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Da unten, der ist das doch. Aber wie komme ich da jetzt dran? Hm. Weiß ich auch nicht. Tee? Jetzt habe ich die Drohne da rausgeholt, ne? Komm, dann machen wir mal hier und dann FW integrieren, dann geht das auch, oder? Hauen, Befehle, betreten. Und Tätig, das Befehle ist falsch. Und wie war das denn jetzt mit dem Personal? Nullbohrturm da, Crew anheuern. So, was braucht man? Ein Ingenieur. Gibt's hier keine. Gut, das heißt, drei Leute hiervon. Gut, anheuern. Das passt dann schon. Dann nochmal T. Nee, war falsch. P. Dahin. Die haben wir beide. Und den haben wir. Dann läuft das. So. Ach, wir können noch ein paar Module verbauen, ne? Okay. Wäre irgendwas interessantes hier? Ich glaube nicht wirklich, oder? Schildbooster. Hat er so, wir brauchen noch ein Geschütz-Kontrollsystem. Alle Sachen, die wir nicht brauchen, höchstens dieser Schildbooster. Wäre interessant, ne? So, jetzt sind wir auf dieser Station hier drauf, ne? Oh, irgendwie kann ich die jetzt nicht sehen. Ah, ja. Ich will, dass mein Schiff jetzt gerade mal sehen könnte. Also diese Ansicht ist ein bisschen koko komisch. Die Soldaten sind immer noch unterwegs hier. Das ist mein Schiff. Fokus. Betreten. Dann sind wir wieder im Schiff. Das ist schon mal besser. Und das kann man jetzt. Die produzieren auf jeden Fall. Aber was ich jetzt noch überlegen bin. Lass mal gerade gucken, wie wohl da drauf ist. Wahrscheinlich. Güter handeln. Ne, 395 wohl. Ich glaube, wir sollten noch den Speicher im Schiffhaus im Bohrtum aufbauen. Das ist mit 1100 ganz schön wenig eigentlich. Nochmal da rein. Nochmal bauen. Den auswählen. Den kopieren. Und so, jetzt haben wir deinen Frachtraum. Jetzt haben wir kein Dingens mehr. Wie heißt das? Kein Titan mehr. Dann müssen wir jetzt auf Dingens umsteigen. Der ist bestimmt ergiebiger dann auch, ne? So, passt schon. Quartiere müssen wir jetzt noch wieder haben. Und zwei Mechaniker. Quartiere gibt's hier. Die würde ich jetzt aber irgendwo anders hinbohren wollen. Kann man das hier hinbohren, oder? Zack. Und jetzt brauchen wir noch zwei Mechaniker. Die haben wir natürlich jetzt nicht, ne? Ist klar. Die müssen wir jetzt einkaufen. So, das haben wir betreten. Jetzt müssen wir die da anheuern. Quo anheuern. So, ein paar viele. Und nur zwei. Okay. Achso, dann muss ich die aber auch übertragen, ne? Das ist ja auch wieder nicht das, was ich möchte. Sonst muss das auch anders gehen, oder? Drohneausstein-Crew anheuern. Dann P. Na, erstmal Escape aus dem raus. Und dann P da rein. Und dann hier zwei anheuern. So. Das brauchen wir nicht. Der Rest läuft, ne? Jetzt haben wir aber kein Schutzschild, oder? Tja. Schilder haben wir auch, okay. Da geht nix, war auch nicht. Gut. Ne, da, lass mal nochmal einen Baum losgehen, gerade. Das ist die Frage, was wir hier in einem Quartier gebaut haben. Ah, den haben wir noch gar nicht gemacht, den Integrates. Titz. Schildgenerator, glaube ich. So, die Größe haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir den Schildgenerator noch dahin bauen, ne? Dann läuft's erst. Oder? Schildgenerator. Soundschildgenerator. Und dessen Generator. Warum laufen die dann nicht? Hm. Schildgenerator. Schildgenerator. Energiecontainer. Ist das unser Problem? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Woran das liegt, dass das nicht geht. Hm. Was haben wir hier noch? Der ist es. Alles klar. Jetzt hat's geklappt, dann, ne? Ja, aber auch an der falschen Stelle im Endeffekt, ne? Gut, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir das noch drehen, irgendwie. Kriegt das rotiert? Ja. Dann machen wir das so. Bauen wir den mal hier hin, oder? Jetzt haben wir gleich das Power-Problem, oder? So, jetzt müssen wir nochmal überlegen. Ja. Noch funktioniert das sozusagen. Wir brauchen nochmal einmal Power. Ah, 704 Nanonid-Bee, brauchen wir. Das ist also so viel. Schildgenerator, hau mal weg. Mach den da fehlen. Jetzt haben wir genug Power. Aber ein Mechaniker fehlt uns. So, aus dem Baumodus raus. Ins F rein. Ruhe anwählen. Ein oder das. Auf P. Hinzufügen. Gut, läuft. So, und dann müssen wir gerade unser Schiff finden. Wenn ich das mal irgendwie raus hätte. Ich kann mich um die Achse dieses Dings drehen, aber... Ja, da ist das Schiff. Aber ich kann das nehmen in den Fokus. Also, da ist die Steuerung doch etwas komisch, ne? Stopp, da war kein Schiff zurück. Mit Steuerung geht das zurück dann. So, jetzt bin ich in meinem Schiff wieder, ne? Meine Station, die ist ja schön gebaut, ne? Da war... Da oben ist ein Dock. Hm. Da hat wieder gut geklappt, ne? Einmal vorgeknallt. Achso, wir hatten noch Asteroiden auch am Weg. Welche waren das? Der da hinten. Den wollten wir entfernen, ne? Ich glaube, eins können wir ausmachen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie ist das mit der Waffe gerade komisch, oder? Aha, da ist auch eine nicht eingebaut, obwohl wir drei drin haben, ne? Achso, okay, es sind zwei da. Lasergeschütz und Tesla und das andere ist ein Bergbauer. Okay, dann ist es die zwei schon richtig. Dann ist die zwei schon richtig. Also, zwei und eins und dann... Ne, passt. Ne, doch, jetzt sind wir nicht nahe genug dran. Das ist unser Problem. Okay, der ist ziemlich dick. Aber den will ich da weg haben, ne? Okay. Alles klar. Die greifen meine Station an. Das gefällt mir gar nicht. Okay, dann machen wir eins an, zwei aus. Und es geht ein bisschen voran. Und dann kümmern wir uns mal gerade drum. Greifen die Station an? Ja. Dann seid ihr jetzt dran. Okay, das funktioniert schon mal ganz gut. Er greift mich da von denen jetzt an. Also, statements an. Okay. Okay. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, aber noch sieht das alles ganz gut aus. So, jetzt den nächsten holen. So, der nächste ist dran. Der ist auch schon kaputt. Der da. Gut. 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 So, jetzt müssen wir den mal kaputt machen. So, und das war's damit hier jetzt auch gleich, ne? Jetzt ist meine Waffe weg, können wir sagen. Shit. Jetzt muss ich erst die Waffe rausholen, wieder. Ah, dann muss ich erst ein Stück weg. Naja, das ist jetzt nicht so dolle gelaufen. Einmal ab in den Baumodus, ne? Alle Waffen abgeschraubt hier, oder? So, jetzt muss ich noch gucken, wo der ist. Den ich gerade angerufen hatte. Und eins wieder einschalten. War der das? Ja, der war das. So. So, der ist vergangenheit. Oh, ich muss jetzt ein bisschen zurück. Die sind feindlich, oder? Anders geht's ja nicht. Jetzt ist wieder meine Kanone weg, oder was? Oh, mein ganzes Schiff ist gerade kaputt. Äh, was denn jetzt passiert? Haben sie es kaputt? Shit, jetzt ist mein Schiff zerstört. Gut. Okay, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Das ist die Frage. Jetzt auf der Station. Ich glaube, jetzt bin ich die Station, oder? Ja. Ja, das ist schlecht. Gut. Baumodus schnell. Kann man dann Geschütz bauen? Muss man wohl. Jetzt muss ich noch ein Geschütz hinsetzen. Mal gucken, ob das schießt, oder was? Ne, das schießt aber nicht, ne? Mein Schiff in deinem Sektor ruft um Hilfe. Ja, genau. Ich muss jetzt mal hier mit der Drohne los. Und muss schnellstens ein neues Schiff bauen. Gut. Jetzt kommen wir erstmal hier weg. Da ist ja der Bär los, ne? Ja. Das ist nur eine Reichweite von denen, ne? Wo ist denn meine Drohne da? Ja, gut. Jetzt nehmen wir unsere Reichweite. Mal gucken, dass wir jetzt schnellstens ein kleines Schiff zusammengeschustert kriegen. Damit wir den Angriff dann abwehren noch können. Muss dann ein Schiff gründen oder müssen denken. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge würde ich sagen. Also, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.